Bei der Hütte. Bei der Hütte, okay. Ja, ja. Ich gucke. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In der heutigen Folge sind wir auf der schönen Map Woods unterwegs. Also sind wir mit teilweise nichts in diesen Raid reingegangen. Ich hatte lediglich eine Pistole mit einem 84er Magazin. Ob es gereicht hat, um bis zum Ende zu überleben, erfährst du am Ende dieses Videos. Ich wünsche wie immer viel Spaß und es geht auch schon los. Ja, du bist sogar mit Rucksack und Helm dran. Ja, ach, ich hab so viel Geld. Hm, scheiße. Keiner da. Was machen wir? Erstmal hier rüber. In die Dingens rein, in die Rote Halle. In die Kleine da. Ein paar Bots fahren. Nee, ich will erstmal in die Kisten. Stimmt, genau. Vielleicht liegt da eine schöne Waffe dran. Oder wollen wir erstmal zur Holzhütte. Da liegt ja schon mal gerne AKM im Dingens dran. Nee, wenn wir schon hier sind, können wir ja die Kisten. Und ich sag mal, wenn wir Schüsse hören, wissen wir ja, dass da einer an der Hütte ist. Ich höre Schüsse. Ich mache die Linke. Oh, ein N4 Schalldämpfer. Ich glaube, irgendein AKM-Teil. Oh, eine AKN. Okay. Ich gehe mal in die andere Waffenkiste. Mach das. Oh, ich hoffe, hier ist kein Bot. Oh, hier liegt eine Batterie. Einfach mal so rum. Ich höre Schüsse. Oder Querschläger. Querschläger. Oh, AKM. Ich habe eine Pistole. Toll. Was haben wir hier? Ich gehe mal eben zu der Jacke. In der mittleren Halle. Vielleicht ist da irgendwie so ein Market Key oder so. Kann ja sein. So, da unten schießt eine AKN. Hinten am Strand. Okay. Ah, toll. Nur Zigaretten. Du läufst da gerade, ne? Ja, ja, ja. Wo bist du? Zumindest ist eine AKN hier hinten. Ach so. Ja, okay. Hm. So. Kurz überlegen. Was können wir jetzt machen? Wo noch keine Schüsse waren. Äh. Jetzt ist das Waffen dieser Holz. Ja? Das ist am... Ich weiß nicht. Vielleicht, wenn ich eine Waffe oder so fahren könnte. Bei dem Kreis. Vielleicht war da noch keiner. Weißt du? Ja, ja. Lass mal hin da. Ich meine, mir ist eh egal. Ich habe jetzt hier eine AKN. Ich meine, wenn ich die verliere, dann verliere ich sie halt. Mhm. Vielleicht liegt hier was Schönes. An der Holzhütte war ja auch noch keiner. Oder hat sich zumindest nicht so angehört. Genau. Hier ist doch der Kreis. Ohne Vorleses. Kann ich die mitnehmen? Ja, wenn du willst. Geil. Aber ich habe sowieso keine Muni. Scheiße. Ist die leer immer, oder was? Äh, ich glaube... Die hier. Ja. Die ist leider leer. Ah, toll. Na ja. Hm. Sollen wir zum Checkpoint? Oder ist das zu gefährlich? Ja, erstmal zu der Holzhütte hinten. Ach so. Okay. Aber da spawnen ja Bots, ne? Ja, ja. Ein Bot mindestens. Aber ist schon ruhig, oder? Ja, ja. Ziemlich ruhig. Ist es immer so ruhig? Eigentlich, ne. Eigentlich geht es hier voll ab. Äh, wo ist denn der Bot? Kein toter Bot. Mach schnell die Kiste. Oh, hier liegen viele, äh, viele Aufsätze. Okay. Ja, nimm mal alles mit. Äh, ich glaube, hier war schon jemand, oder? Komm mir irgendwie so vor. Also, ich weiß nicht. Also, die Kiste ist zumindest leer. Ich geh mal eben in den Busch. Ist ja der Ball ein Headshipping, oder so. Ich geh mal eben hier in den Busch nehmen an. Loll, hier liegt ein Saliva. Geil. Gut. Schüsse? Was ist das? Pistole? Äh, ne Vepa. Ne Vepa. Wo war mal hin? Zum Checkpoint vielleicht? Mal eben da gucken. Kann man machen. Uiuiui. Das ist ziemlich in der Nähe. Ja, ja. Ich sehe einen. Ich sehe einen Bot, ja. Wollen wir da hin? Boah. Sollen wir dann von links, äh, über die Hütte? Können wir machen, ja. Weil, vielleicht können wir die von hinten überraschen. Ja, wir haben halt, äh, du hast halt Gear mitgenommen, ne? Ich meine, ich hab halt nichts zu verlieren. Ja, mir ist das egal. Du hast aber halt Gear mit, das ist halt... Das ist nicht schlimm. Ich will das... Mega weg, hatte ich gerade. Hm, hier scheint keiner zu sein. Ich würde jetzt ungern da jetzt über die Straße laufen. Nö, das wäre, glaube ich, nicht ganz so... Weil, die Typen, die schießen da ja. Die schießen nicht umsonst. Also, ich höre keine Schüsse mehr. Stimmt. Aber, auf jeden Fall, einer ist da noch rumgelaufen. Den hab ich gesehen. Ja, ja, das war ein Bot. Ja. Aber, pass auf, hier wird auch irgendwo wahrscheinlich ein Spieler sein. Oh, ich hab ein Leck. Ein Leck heißt immer, entweder ein Spieler oder ein Bot. Ich höre Schüsse. Ja, ich auch. Ich höre einen. Oder was, du das? Ich... Ich sehe einen, ich sehe einen, ich sehe einen. Full-equipped, full-equipped. Mach weg, mach weg. Nee, nee, der ist noch weg, äh, weiter weg. Ich laufe ihm ein bisschen hinterher. Wo ist der denn? Der ist vor uns, also zum Bunker. Der läuft jetzt zum Bunker. Wollen wir da noch den warten? Der läuft, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Der Pilgrim, der hat einen Pilgrim. Ich laufe ihm jetzt erstmal auf die Schnelle hinterher. Ja, ich sehe den. Ich glaube, der hat sich, äh, umgedreht. Kann es sein? Ja, ja, ja. Scheiße. Siehst du ihn? Nein. Fuck. Weil ich bin hinterm Baum. Ich hab mich versteckt. Ich auch. Hö. Okay, läuft ein Boot. Ja, ich sehe ihn. Okay. Der ist down. Scheiße. Der Spieler, der hat uns wahrscheinlich schon gehört. Hier vorne liegt einer bei mir, lol. Okay. Direkt neben mir. Ja. Ja. Siehst du den Typen, ey, ne? Nee, nee, ich hab den verloren. In dem Moment, wo der sich umgedreht hat, da hab ich mich versteckt. Ja, ich weiß nicht. Was machen wir jetzt? Rückzug, hör. Oh, scheiße, ey. Entweder überleben oder riskieren, ne? Ja, ich weiß nicht. Ich glaub, das macht keinen Sinn, oder? Gegen den jetzt anzutreten. Wenn wir Pech haben, hat der noch ein Visier und allem drum und dran. Mhm. Ich kann den nur im Nahkampf besiegen. Ich sehe einen, ich sehe einen hinter mir, hinter mir. Hinter mir ist einer. Okay. Der hat sich, glaub ich, hingelegt. Ja, ja, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ja, in Bot. Ja, okay. Ich werde ihn gleich abfangen. Mach das. Hoffentlich sieht er mich nicht. Er ist tot. Nee, ist nicht tot. Kann sein, dass ich ihn jetzt hab. Ja. Okay. Ich lad mal eben. Ich lad mal eben nach. Obwohl ich hab noch 42. Wieso? Ich geh mal zurück hier. Ja, ich geh jetzt auch weg. Vor allem die VSS-Safen könnte es eigentlich auch. Okay, den Typ, den wir getötet haben, oder der, äh, oder der hier getötet wurde, der hat sicherlich Fortarmor. Okay. Also gegen den, den wir jetzt hätten spielen wollen. Mhm, mhm. Oh, da ist noch ein Bot. Ich hab jetzt nämlich Packer und Callpack und so'n Kram. Okay, okay. Wir haben, wir, äh, equippen uns hier voll, ne? Langsam. Mhm, so ungefähr. Du hast ein Bot gesehen, sagst du? Ich meine, ich muss nochmal gucken. Vielleicht ist der Borch schon tot. Lauf mal eben in deine Richtung. Ich bin jetzt hier an so'n Felsen. Ne, der ist tot, ist tot. Okay, es sind drei tot hier. Den, äh, den einen, den, den wir jetzt gerade gekillt haben, hast du den schon gelootet? Nein, nein, ich war noch keinem dran. Okay. Außer dem Spieler, glaube ich. Ich muss mal erstmal finden, wo der ist. Lol, hier ist ein MBSS in einem MBSS. Okay. Ah, ich, ich seh' ihn, ich seh' ihn. Lol, was für'n Glück. Die ganze West ist mit Munition voll für die AKN. Digga. Okay, geil. Das ist unmöglich. Noch ein MBSS in einem MBSS. Lol. Digga, ernsthaft jetzt? Jetzt läuft's, ey. Nochmal 30er-Magazine. Nochmal. Ach, du Scheiße. Der ganze Rucksack ist voll. Was war das für'n Typ, ey? Hammer. Also mit nichts Gear Farmen. Da bin ich Profi drin. Ich glaube, wir haben mehr Glück, wenn wir, äh, low reingehen, ne? Ja, ist echt so. Also, du bist am Stein, sagst du? Ich bin bei dem letzten, äh, den wir gekillt haben. Ja, dann, ich bin schon weiter. Ich bin schon weiter, ja. Ich steh' mal auf, warte. Fockst du? Ich, ich laufe jetzt. Ich bin jetzt im Busch. Du bist am Stein. Dann ist da vorne ein Bot, ich seh' ein Bot. Ich schieß' mal. Ach, du Scheiße. Ey, hab ich Glück. Hab ich Glück. Was denn? Ja, ich hatte so'n Mega-Lag vorhin gehabt. Und, äh, einer hat mich angeguckt. Und dann, als der, ja, als der angefangen hat zu schießen, war der auf einmal plötzlich vor mir. Also... Ja, der ist voll gepackt, deswegen hab ich ja grad gelacht, weißt du? Der ist fast zehn Meter nach vorne. Das war so... Und hat vier Schüsse oder fünf Schüsse Shotgun direkt hintereinander gemacht. Richtig übel. Weißt du, wer das war? Das war Flash. Höchstpersönlich. Ja, gut, dass ich den erwischt hab, ey. Gut, dass ich dem noch einen Hit gegeben hab. Ja, danke, ey. Wo ich dem den Hit gegeben hab, ging der ab wie eine Reikete. Also, falls du eine Saiga brauchst, der hat eine Saiga. Nee, nee, ich hab AKN, ich bin voll hier. Also, ich hab wirklich alles jetzt. Also, ich hab jetzt Geh, wie als ob ich full Geh rein bin. Cool. Voll richtig. Brauchst du eine Tasche? MBSS? Nein, nein, ich hab alles. Ich hab alles. Hier liegen auch noch fünf MBSS rum ineinander. Okay. Was war das, ey? Was ist ein Skepspieler, oder was? Ich schätze mal, das war ein normaler Spieler, weil der war mit Munition komplett bis oben hin voll. Hat der einen Doctack? Nein, nein. Da war ja noch nicht mal eine Leiche, hier lag nur ein Rucksack allein rum. Ah, okay, dann hat der Typ den wahrscheinlich schon gelootet gehabt. Ah, ich sehe einen. Wo? Bei der Hütte. Bei der Hütte, okay. Ja, ja. Ich gucke. Schießt du da hin? Ja, 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 ja. Ich lauf weg. Wo ist der denn? Bei der Hütte. Zwei Typen. Bei der Hütte. Das sind Bord. Ein Bord. Ja, ja, das sind aber Bordspieler. Muss aufpassen. Ich treff gar nichts. Die Waffe ist zwar von der Munition. Okay, die haben mich beide, die haben mich beide hier. Scheiße. Die tun mich hier umsingeln. Okay, okay. Warte, ich komme. Ich lauf zurück. Ich lauf zurück. Bringt nichts. Achso, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Ja, ich gucke auf die Hütte. Also in der Hütte, sagst du? Nein, nein. Die waren rechts von der Hütte. Rechts von der Hütte. Also wo die auf mich geschossen haben. Ich bin hinter dir, ja. Okay, okay. Boah, ich wollte schon schießen, ey. Also auf jeden Fall zwei Scav-Spieler. Ja, ja. Die sind im Team. Kann sein, dass ich ein bisschen die angeschossen hatte, aber... Ich hab die auf jeden Fall ein paar Mal angeschossen. Vielleicht verblutet sogar eine davon. Die wussten nicht, wo ich war. Das war voll geil. Die wussten nicht... Ah, ja, ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Wo? An der Hütte? Ja, ich habe eine starke Blutung. Ich laufe mal wieder weg. Ich laufe mal wieder weg. Ja, hier hinter den Felsen hier. Hier hinter den Felsen. Ich glaube, ich habe einen von denen. Glaube ich. Okay. Ich bin mir nicht sicher. Ähm. Da war auf jeden Fall noch einer da. Auf der rechten Seite. Haben sie einen Felsen. Ich bin, äh, vor dem Stein jetzt. Ja, ja, ich. Du bist hier im Busch, genau. Ja. Aber ich hoffe, man sieht mich nicht, weil ich muss mal eben... ...nachladen. So, ich gucke mal hinter uns, ob da irgendwo was raus ist. Schüsse. Schalldämpfer. Aus Nürnberg. Oh, ja. Ja. Ich habe nur noch 40 Schuss. Ich habe Munition hier ohne Ende. Zwei 60er Stacks und drei volle Magazine. Okay. Also ich kann einen Krieg machen. Ja, die Frage ist, was machen wir jetzt? Ja, hin. Die Scavs suchen? Ich renne jetzt da hin. Boah, ey. Weil der braucht nur einen Schuss, ey. Ich gehe in die Hütte. Ja, mach das. Keiner da. Ich loote mal den einen Typen. Mach das. Weil ich brauche irgendein... Oh, eine Wepper. Ich glaube, ich nehme die Wepper. Hier liegt einer. Okay. Oh, der hat eine AKU. Die gehört jetzt mir. Ich glaube, dass ich die beide erwischt habe. Oh, und Schonker. Ich glaube, dass ich die beide erwischt habe, ne? Der eine hier vorne, das ist der. Das kann sein, ja. Und einer hinten. Aber ich weiß nicht. Also hier die Steine hinter der Hütte. Ja. Da kann sein, dass da noch einer rumhockt. Irgendwo. Weißt du gerade? Ja, ja, ja. Ich renne hier durch die Gegend. Ach so, okay, okay. Weil vielleicht kann ich so ein bisschen Aufmerksamkeit auf den Typen lenken. Aber ich habe den auf jeden Fall angeschossen gehabt. Weil an dem Stein sehe ich Blutflecke. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Oh, vielleicht hat er eine Blutung und ist jetzt tot. Ja, hier liegt noch einer. Genau. Oder hat ein SKS. Willst du die mitnehmen? Ja, ja, nimm mit. Ne, ne. Äh, so. Versuch mal, seine Muni zu nehmen. Wie viel Zeit haben wir noch? 23 Minuten. Also dafür, dass wir low reingegangen sind, muss ich sagen. Also, ich bin mit gar nichts rein. Außer mit einer Krach, die jetzt bei mir im Container rumsitzt. Und nicht zum Einsatz kam. Weil ich direkt eine AKN fand. Aber weißt du, wie viel Glück man da haben muss? Eine AKN finden. Mit einem Magazin. Und dann siehst du hier irgendwo eine Tasche rumliegen. Wo, ähm, irgendeins drin ist. So geil, ja. Weißt du was? Ich nehm die... SKS mit. Jetzt wäre noch richtig übel, ein Magazin zu finden. Ich kann auf die AKO einen Griff drauf machen. Oh, 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 oh. Ich muss mal eben nachladen. Hey. Ich seh nichts. Scheiße. Ja, ja, warte, warte. Ich muss mal eben... Ich hab aber grad auf einen Spieler geschossen irgendwo. Auf einen anderen Spieler. Ich hab nichts gehört. Keinen Schuss. Nicht? Ne, ne. Ich hab grad zwei Shotgun-Schuss gehört, deswegen... Also, ne, äh, deine Schüsse hab ich nicht gehört, mein ich. Ja, aber da hat gerade einer zweimal geschossen. Ah, okay, okay. Ich dachte, du hast auf ihn geschossen. Womit? Äh, ne, okay. War ne TOZ? Ich hab mich, äh... Nein. Ist egal. Ist egal. Aber jetzt hab ich ne AKO mit. Guck mal hier. Geil. Jo. Jo, ich weiß nicht. Sollen wir vielleicht zum Checkpoint irgendwie versuchen? Oder... Oder wir gehen jetzt Richtung Ausgang, weil... Ja, ich mein, das, was wir jetzt hier haben, dann brauchen wir jetzt nicht nochmal, äh... Ja, ja, weil wir sind sowieso schon fast voll, kann man sagen. Was die Waffen angeht. Also dafür, dass ich mit nichts rein bin, ist schon richtig brutal. Auf jeden Fall. Hier auch vorne hat eben ne TOZ geschossen, also ich schätze mal, dass... Ein Bot, ja, oder? Ich schätze mal, weil... Hat eben dann ein Bot mit ner TOZ geschossen hat. Zweimal. Sollen wir dann zum Strand am besten? Ja, ja, ja. Aha. Komm vom Checkpoint. Oder vom Bunker. Ja, 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 ja. Checkpoint, Bunker, okay. Aber das ist gut, jetzt outplayen wir hier, also so ein bisschen die Gegner. Mhm. Ja, die Frage ist, welche Waffe hat jetzt weniger Rückschuss, die AKU mit Griff oder die AKN Iron? Hm. Ich würde sagen AKN. Würde ich auch sagen, ja. Die macht ja eben mehr Schaden von daher. Ja, ich sag mal, bei dem Game sind die kurzen Waffen, die haben immer einen großen Rückstoß. Ja. Ich finde es zwar ein bisschen komisch irgendwie, aber... Hm. Ist halt so. Ups. Hast du auch einen Ruckler? Ne, 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 ich bin irgendwo hängen geblieben gerade. Okay, ich hatte so einen Mega-Ruckler gerade. Ja, die hatte ich eben auch zweimal. Also dafür, dass ich jetzt nichts mitgenommen habe und ich meine, wenn ich jetzt wirklich sterbe, dann... Dann ist es halt so. Ja, aber... Aber dafür, dass ich nur mit einem Hedge rein bin und so viel Glück, muss man erst mal haben. Hmhm. Echt? Ja, das ist... Mache, es finden dann noch Magazine, die voll sind. Manchmal belohnt das Spiel ein. Genau, mit Scheiße belohnt es an. Hm. Vielleicht finden wir ja hier gleich noch zwei, drei Leichen. So, der eine hat Fortarmor, der andere hat diesen neuen Helm. Wobei, ich habe das Gefühl, hier haben die gar nicht gekämpft, oder? Kann sein, dass die Bots hier noch sind. Das könnte echt sein, ja. Ich meine, man kann auch an den Bots sterben, so ist es nicht. Definitiv, da kannst du schneller dran sterben, wie du Hallo sagen kannst. Ja, ja. Ah, ich sehe einen Bot. Wo? Links an der Straße, oben. Jetzt geht er runter. Okay, okay, ja. Puschen. Jetzt können welche nachkommen, du musst aufpassen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Noch einer? Ah, nee, das bist du. Okay, 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 okay. Entschuldigung. Ja, ich habe dich kurz aus dem Augenwinkel gesehen. Der hat Callpack. Hast du dem Headshot gegeben, weil der hat Callpack-Damage bekommen. Ja, ich habe den Headshot verpasst. Und ich habe den einmal in die Brust. Ja, hier liegt einfach so ein Autoreifen rum. So, ich push weiter, ne? Okay, ich komme jetzt nach. Hast du ihn gelootet gehabt, oder? Ja, ja. Okay. Nee, ich habe gar nichts da eigentlich schwerer gelootet. Ja, ja, okay. Ich habe so einen Helm da gesehen und dann habe ich mir so gedacht, okay, der hat nichts. Also hier kann auf jeden Fall hier auf dem Feld noch ein paar Bots auftauchen. So, ich stehe hier oben noch hin zu der Kiste. Mhm, mhm. Oder zu den Kisten. Vielleicht war da ja noch keiner dran. Okay. Ich meine, hier oben kann man sogar direkt raus am Panzer. Obwohl die Lampe leuchtet nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die da überhaupt leuchtet. Kann ich jetzt nicht sagen. Okay, hier liegen mehrere Tote wiederum. Hier war ein Spieler dabei. Okay. So, ich lade mal eben nach. So, jetzt erstmal eine schicke M4. Das wäre das Beste. Ich habe noch ein SKS-Magazin, falls du das brauchst. Nee, ich habe einen. Reicht schon. Ich meine, ich brauche es nicht, ne? Nee, nee, passt. Alles okay. Komisch. Normalerweise sind hier mehr Bots. Und wo bist du jetzt genau? Ich bin jetzt in der Nähe des Panzers gleich. Ja, ich bin am Panzer. Ja, ich komme dann. Hier liegt nämlich ein Bob. Mit einer TT. Mhm. Ungelootet. Ja, ich bin gerade dran. Hast du die grüne Kiste da im Auto schon gehabt? Ja, 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 ja. Okay. Okay. War alles komplett leer, außer zwei Magazine. Mhm. Ja, sieht ruhig aus. Schätze ich auch, ja. Okay, wir haben jetzt noch 14 Minuten. Oh. Ist ja easy. Jo. Passt. Aber so eine geile Runde, ey. Ist unglaublich. Das war jetzt halt so die Revanche dafür. Dass wir vorhin, äh, genau. Dass wir so schnell untergegangen sind. Weil wir hätten ja auch drauf gehen können. Wir haben jetzt den einen Typen, sag ich mal, laufen lassen. Und, äh, ja. Das hat uns dann belohnt. Ich hab schon auf ihn geämmt und wollte einen Schuss auf ihn machen. Ja, ja, ich wollte auch. Aber ich hab's dann sein lassen. Ich hab mir dann gedacht, einen Schuss von der Range, ne, du. Ne, vor allem, weil der war halt gut gesichert, weißt du. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Vergiss nicht, dieses Video zu bewerten. Konstruktive Kritik ist sehr erwünscht. Oder Vorschläge kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Falls es dir gefallen hat und du weitere Let's Plays von mir sehen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Wenn du mich bereits abonniert hast, vergiss nicht, die Glocke bei YouTube zu aktivieren. Das ist sehr super. Ich wünsche allen einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Outro